Einen wunderschönen guten Abend Leute. Ich möchte noch einen kleinen Einschub an diesem Wochenende machen und zwar zur Marlin 2.0.8. Es ist jetzt gestern ein erstmal sehr unerfreuliches Auftreten gewesen und das konnten wir aber dann zum Glück noch retten, denn einer meiner Abonnenten hat einen ganz neuen Tronxi X5 SA Pro 500 und da ist jetzt das ganz neue Board drin mit dem TMC 2209 und dem A4988 für den Extruder. Nicht mehr die TMC 2225 wie bisher auf allen Boards. Ja, bei diesem Board ist es so, dass wir zwei Stepper Treiber für die Z-Achse haben. Somit funktioniert die normale Marlin Repository nicht, also zumindest gestern. Ich habe das jetzt über Nacht alles hinzugefügt, habe mir da auch sehr viel Arbeit mitgemacht und habe auch ein paar Stunden investiert. Habe auch mit dem sehr netten Abonnenten einige Stunden investiert, bis sein Drucker wieder lief. Es war mir aber wichtig, dass dieser Drucker wieder ins Laufen kommt und ich bin sehr glücklich darüber, dass er das tut und dass er auch mittlerweile wieder normal funktioniert. Denn es war halt so, dass da nur ein Stepper Treiber lief für die Z-Achse und es war auch so, dass ansonsten halt irgendwie so nichts richtig funktioniert hat. Denn sie haben wieder die Stepper Treiber im Standalone Betrieb laufen, was bedeutet, dass wir leider nicht mehr die 1,32 Schritte haben, denn die TMC 22009 können auf maximale Standalone Leistung nur ein Sechzehntel. Das heißt, alle angegebenen Maßeinheiten im Marlin stimmten auch nicht. Die Steps per Millimeter nämlich. Das musste ich dann auch ändern, vor allen Dingen auch für die 4988 mit dem Titan-Extruder. Das habe ich auch alles mit reingemacht. Ich habe jetzt alles eingetragen in der Marlin, soweit, falls es dort Probleme geben sollte. Es ist alles jetzt in der Marlin 2.0.8 All UI drin. Die habe ich abgedatet vor ungefähr einer halben Stunde. Und ja, das sollte jetzt alles allerdings ganz normal weiterlaufen für die normalen Drucker. Der Drucker ist halt nur hinzugefügt worden. Ich nehme euch jetzt auch mal auf den Bildschirm und zeige euch das ganz schnell, damit ihr seht, was da Masse ist. Und nicht das Problem habt, dass ihr dann hinterher irgendwelche komischen Sachen habt, die da nicht hingehören. Und das wäre ja fatal. So, dann nehme ich euch mal auf den Bildschirm. Bildschirmaufnahme starten. Genau, so sieht das jetzt richtig aus. Also hinzugefügt worden ist dieser neue X5SA500 mit dem neuen T2 V6190319 Board. Das Ganze habe ich auch in der Sektion für die gekürzten Namen drinne als X5SA V6500 Titan TMC New. Und dementsprechend auch alle Sachen eingetragen hier in der ganzen anderen Geschichte. Die sind jetzt hier, ist jetzt der neue Drucker hinterlegt. Und auch in allen anderen Sachen. Es sollte normalerweise alles stimmen. Sollte es dort Probleme geben, dann also mit den normalen Dateien, weil dieses Board ist ja jetzt noch nicht so verbreitet, dann bitte mir in die Kommentare schreiben. Unter dieses Video hier, weil dann werde ich nämlich, falls es dort Schwierigkeiten gibt, erstmal wieder ein Rollback machen zur alten Version. Die Configuration.h und die Configuration.advh habe ich aufgehoben und werde das Ganze dann nochmal prüfen. Denn bei mir gab es jetzt beim Kompilieren keine Probleme. Ich habe das auch alles gegengeprüft, welche Reiter aktiv sind und welche inaktiv sind. Das heißt, normalerweise müsste eigentlich alles stimmen. Aber bitte mal in die Kommentare schreiben, falls es dort Probleme geben sollte. Weil dann kann ich dem Ganzen nämlich gegensteuern und kann dann da was machen in der Richtung. Ja, das war es eigentlich auch schon zu diesem Video. In diesem Sinne wünsche ich noch allen ein schönes Wochenende. Und abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.